Weiter geht's mit einer neuen Folge von der Pate. Wir wurden ja in der letzten Folge von diesen Mafia-Typen mit dem Zeh ziemlich heftig plattgemacht. Die sind also extrem unterwegs. Oh, safe. Nehmen wir auch erstmal mit hier. Das war schon ziemlich mies. Die sind echt heftig. Er hatte volle Energie und war auf einen Schlag total tot. Also die mit dem Zeh, da werden wir noch warten müssen, ehe wir uns an diese Läden herantrauen können. Da brauchen wir erst eine deutlich bessere Bewaffnung. So, Luigi, wo du seien? Da, genau hinter mir. Wunderbar. So, wo müssen wir hin und wo sind wir überhaupt? Ah, das ist nicht weit weg. Jawohl, stylisch gewendet. So, wie sich das gehört. Ich hab ihn mal nicht gerammt. Mensch, das ist immer was ganz Neues. Ja. Tja, war klar. Das muss hier irgendwo sein. Irgendwo hier? Da ist es. Natürlich wieder perfekt eingeparkt. Okay, hier rein. Gehört er uns eigentlich schon? Ich glaube, ja. Dem Don geht es immer noch schlecht. Warum gehst du nicht zum Krankenhaus in Little Italy und siehst dort nach dem Rechten? Denken Sie, es gibt Ärger? Die Polizei bewacht das Gebäude, aber das sind nicht unsere Jungs und ich traue ihnen nicht. Wenn die Cops das bewachen? Wir haben ja mitbekommen, die sind ziemlich heftig unterwegs hier auch. Ja, denn ein Geheimnis, diese Lieferwagen. Da ist eine Menge Geld drin. Interessiert? Natürlich. Worum geht's denn? Diese Lieferwagen. Einige schmuggeln Zeug für den Mob rein. Halt sie auf und nimm den Fahrer in die Mangel. Dann weißt du, woher sie kommen. Entführung von Geschäfts-LKWs, das haben wir schon erfahren. Die Barzinis, ah? Die sind okay. Kümmern sich meistens um ihren eigenen Kram. Familien? Fünf Familien gibt's. Die Tortellinis kennen wir ja schon. Familienjunge, jede von ihnen kontrolliert ein Viertel. Zuerst wären da die Tartaljas aus Brooklyn. Bruno Tartalja wird wohl der nächste Don der Familie. Er macht Geschäfte mit diesem Arschloch Solotzo. Die Tartaljas sind knallhart, aber das machst du schon. Warst du schon mal in Brooklyn? Die Heights sind ziemlich elegant, aber am Hafen musst du aufpassen. Wenn ich für jedes Stundenhotel und für jeden Puff dort einen Dollar bekäme, wäre ich ein verdammt reicher Mann. Wenn du einem Strutschi ins Gesicht schaust, siehst du vor allem eins. Ärger. Pass also auf, dass du in der dunklen Nacht keinem der Kerle begegnest. New Jersey sieht auf den ersten Blick ziemlich harmlos aus. Es gibt da kleine Läden und Parks. Pass aber auf. Bring immer ein paar Jungs mit, wenn du den Strutschis einen Besuch abstattest. Eins der gefährlichsten Viertel von New York ist Hell's Kitchen. Es gehört den Kunios. Reich sind die Kunios nicht, haben ein paar Spielhüllen, Bordelle und Waffen. Hell's Kitchen selbst ist ein runtergekommenes Drecksloch mit baufälligen Mietskasernen und Lagerhäusern. In den Bahnhöfen wimmelt es vor allem nachts von zwielichtigem Gesindel. Midtown ist das Herz von New York. Hier stehen die ganzen Sehenswürdigkeiten, die du von den Bildern kennst. Die größten Hotels, die edelsten Nachtclubs, die teuersten Läden und die lukrativsten Geschäfte. Eine Familie kontrolliert Midtown, die Barzinis. Allerdings gehört Midtown den Barzinis. Und Don Emilio herrscht dort mit eiserner Faust. Dann gibt es noch uns, die Corleones. Früher hat uns ganz Little Italy gehört, aber in letzter Zeit haben uns die anderen Familien immer wieder angegriffen. Wir müssen die anderen Familien erledigen, eine nach der anderen. Aber wenn du über ein großes Schild stolperst, Junge, du weißt schon, Genko-Olivenöle der Modstreet, dann weißt du, dass du zu Hause bist. Alles klar. Die mit dem C. Kunios. Ach, nennen wir sie einfach die Kulios. Naja, so ähnlich. Das waren also die, die uns im letzten Part auf einen Schlag richtig weggemäht haben. Irgendwie mit einer goldenen Kugel oder so. Machen Sie kurzen Prozess. Okay. Mann, hier wollen aber echt viele Leute was von mir. Solotzo könnte nochmal versuchen, den Don zu töten. Er braucht einen Leibwächter. Für wen halten Sie sich? Was geht denn hier ab? Bitte, bitte nicht. Was ist los mit dir? Ich brauche Hilfe. Machen wir den mal platt. Vielleicht bringt uns das ja was, wenn wir der Trulle da helfen. 300 Dollar. Okay. Hat sich gelohnt. Bisschen rumfügen. 300 Dollar sozusagen. Aus, nicht mehr rausgequetscht. So, ich nehme mal die Karriere hier. Mehr mit den Schlüsseln. So. Wir sollen zum Krankenhaus. Das ist... ...ahm, da oben. Da waren wir ja schon mal. Dem Don einen Besuch abstatten. Wenn der Don ruft, lässt man ihn nicht warten. Ist auch gleich um die Ecke. Wunderbar, Mann. Nicht so ein 3 Kilometer Fabrik. Die sind ganz schön aggressiv unterwegs, die anderen. Da hat noch was geleuchtet. Das will ich haben. Ich gehe ja bloß ins Krankenhaus und sehe nach Park. Nein. Oder du schickst ein paar Leibwächter mit. Keine Sorge. Solotze weiß, dass er nicht zu den Killern gehört. Na gut. Sei jedenfalls vorsichtig. Wird mir Mühe geben. Du gibst ihm trotzdem jemanden mit. Hi. Hi. Wachdienst, wie? Ja, und Sie? Ich möchte zu Marty. Hören Sie. Danke. Ich hasse nichts mehr, als auf Hilfe angewiesen zu sein. Aber trotzdem, vielen Dank. Ich sollte lieber reingehen. Hey. Ja? Ich dachte, vielleicht sollten wir... Nein. Nein, das sollten wir besser nicht. Später vielleicht. Na komm, wieso spät da? Wir sind in einem Krankenhaus. So eine Liege? So eine Krankenhausliege? Hey, keine Waffen. Ist doch bequem gelohnt. Kein Problem. Wissen Sie, wo Monk Melon liegt? Meinen Sie Marty Melon? Der liegt oben. Zweiter Stock. Keine Waffen. Da hinten liegt aber eine. Sie gehen. Kriege ich wieder, wenn ich gehe. Irgendwie glaube ich da nicht so dran. Natürlich ist es zu und ich komme nicht an die Knarre ran. Und ich habe jetzt schon eine Vorahnung. Wo müssen wir lang gehen? Hier. Ein paar Blumen wirken oft wunderbar. Ah, was für eine hübsche Schwester. Hm. Haben Sie sich doch entschlossen, meinen Bruder zu besuchen? Ist doch Ehrensache. Danke. Er sieht schon viel besser aus, nicht wahr? Töten Sie den Killer. Als ob ich es mir nicht gedacht hätte. Ich habe natürlich keine Waffe. Du stirbst jetzt erstmal. Natürlich sauber erwürgen. Gib mir dann eine Waffe. Komm schon. Ich habe eine Kanone. Ich bin wieder am Start. Sieben Schuss. Sieben Schuss. Das soll jetzt hier reichen. Das ist schon hart. Ah, Entschuldigung. Wer sind Sie? Wer sind Sie? Ich bin Michael Corleone. Heute Nacht kommen Männer, die meinen Vater ermorden wollen. Ich werde Ihnen helfen. Clemenza schickt mich. Was ist mit der Polizei? Und den Wachen? Keine Ahnung. Aber ich ahne etwas. Die Schwester muss unbedingt meinen Vater verlegen. Schaffen Sie das Mädchen raus. Da ist ein Ausgang im Keller. Suchen Sie Tom Hagen. Sagen Sie ihm, was hier los ist. Aber halten Sie sich von der Vordertür fern. Die sind vielleicht schon da. Ja, das war irgendwie klar. Okay, wer den Film kennt, hat er auch automatisch eine Vorahnung, was hier passieren könnte. Aber mit so wenig Munition... Das wird schwierig. Ich kann auch nichts mitnehmen. Ich soll die aber ansprechen. Mir gefällt das nicht. Es ist zu ruhig. Ich glaube, die Ruhe wird sich noch ändern. Wo lang? Hier können wir nirgends durch. Wir finden hier auch nichts. Machen wir doch gerade. Ganz ruhig. Oh ja. Jetzt ist die Tür offen. Sechs Schuss. Naja gut, wir nehmen erstmal... Die nehmen wir auch erstmal. Halt, Moment. Ich glaube, hier hinten waren noch Türen. Ich will nochmal ganz kurz gucken. Heilung. Sehr schön. Hätt mich auch gewundert, wenn es in einem Krankenhaus keine Heilung gibt. Okay, wo lang? Hier? Nope. Wir können noch hier gelang. Keine Bewegung. Nice. Die Waffe geht gut. Wenn meine Hase nur dran ist. Zauber, weggeschrotet. Ah, ist hier noch was. Munition, irgendwas. Ich muss erstmal die nehmen. Hilft nix. Da ist noch einer. Du sollst an die Wand in Deckung gehen, du Idiot. Schön Munition sparen. Den haben wir. Na komm. Den haben wir auch. Immerhin bisschen Munition bekommen. Noch mehr? Nix zu sehen. Okay, das haben wir schon. Nur ein Baseball-Schläger. Alles klar. Versucht doch mir den Rücken zu fallen. Erstmal werde ich euch hier schön ein nach dem anderen erledigen. Ihr legt euch mit einem neuen Problemlöser der Familie an. Keine gute Idee für euch, Jungs. Versuchs. Ich bin getroffen. Mach diesen Scheiß, Gerlade. Bisschen Munition. Wow. Genau dann bin ich nachlade. Ey, die haben ein Timing, ne? Heilung. Sehr nice. Munition. Nicht so nice. Noch mehr, Leute. Bis jetzt nicht. Waren da schon alle. Kommt noch mehr. Was? Wo? Jetzt wird's langsam etwas eng. Ich muss dringend Munition sparen. Den treff ich von hier nicht. Aber den. Wo ist der andere? Na komm. Zeig dich. Zeig dich. Komm hoch. Fuck. Versuch uns von der anderen Seite. Zauberalli, richts. Ich hole Tor. Du musst Michael helfen. Frankie. Alles in Ordnung? Ja, ich bin okay. Gehen Sie. Der Don braucht Sie. Danke für die Rettung. Ich hole jetzt Tor. Das Problem. Gute Fahrt. Auftrag erledigt. Twin Tinten. Sie Michael Corione. So, haben wir hier noch irgendwo was brauchbares. Hier waren wir schon überall. Wir sollen ja nach oben. Wo war denn jetzt diese verdammte Treppe? Ich bin jetzt einmal im Kreis gelaufen. Ich finde Krankenhäuser immer etwas verwirrend. Ach, da. Alles klar. Wow. Auf ihn. Wow, 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 wow. Ganz ruhig. Lass mich da mal eine Kanone ziehen, Junge. Okay, die kommt da gar nicht her. Jetzt. Scheiß, bringst du mich um. Anfänger. Da war doch noch einer. Na komm. Rennt der einfach so in die Kugel. Sehr schön. Die Tortellinis sind nicht gerade allzu gefährlich. Nennen sie einfach Tortellinis. Da ist er. Schnell. Michael Corione. Wir müssen den Haupteinlang sichern. Hey, bewegt dich bloß nicht. Ich dachte, ich hätte euch alle hinter Schloss und Riegel gebracht. Was hast du hier zu suchen? Was bezahlt ihn der Türke dafür, dass sie meinen Vater umbringen lassen, Captain? Haltet ihn fest. Hör mit ihm. Stellt ihn mir richtig hin. Hab ich dir nicht gesagt, dass du dich raushalten sollst? Ich bin der Anwalt der Familie Corione. Diese Männer sind Privatdetektive, die ich zum Schutz von Vito Corione engagiert habe. Wenn sie sie bei ihrem Auftrag behindern, müssen sie das morgen früh vor dem Richter begründen. Gelitten, Alter. So leicht, da kommst du denn nicht an unsere Familie hier ran. Wieso rede ich eigentlich so? Ach, keine Ahnung. Mir war gerade danach. So, hier war doch... Ja, haben wir beim Reinkommen gesehen. Bringt uns immerhin 1000 Respekt ein. Und ein Non-Fertigkeitspunkt. Ähm... Bisschen mehr gesunder wäre ganz cool. So, wo ist der Luigi? Da ist er. Ein treuer Weggefährte. So, wo müssen wir hin? Was müssen wir überhaupt machen? Besollen Sie sich ein Wortauftrag oder erpressen Sie Geschäfte? Äh... Okay. Geschäfte erpressen. Ja, das Ding mit dem Ziel hätte ich ja schon noch ganz gerne. Ich werde mir erst mal das Ding da oben krallen. Halt! Du wolltest es so. Ne, das war der Falsche. Er ist mit dem Quatsch. Oder? Halt! Wir mussten den Gesplatt machen. Ach, ist egal. Das hatte mir letztes Mal ja 300 Dollar reingebracht. Treffen Sie sich mit Clemens. Aber erst mal will ich diesen Laden hier hinten haben. Wo ist er? Hier. Ich sehe gar keine Wachleute oder so. Nichts zu sehen. Der dürfte dann eigentlich leicht zu bekommen sein. Ich sehe ja nämlich niemanden. Ja, dich. Ach, ja. Hier werde ich nicht dein Laden. Etwas umdekoriere. Was hältst du davon? So. Das liegt nicht zu. Ja, ich bin doch dabei. Einen noch, oder? 565. Das sollte reichen. Ohne Augen sieht es sich schlecht, mein Freund. Okay, ich werde zahlen. Aber hören Sie auf. Wieso aufhören? Hier hat er bereits angefangen. Die Kasse nehmen wir auch noch mit. So, hier ist bestimmt noch eine Hintertür. Ich habe auf jeden Fall meine Waffen auch wieder bekommen. Ähm. Hier ist noch nicht viel. Pistole-Munition mal voll unglaublich. Hier macht gerade keiner was. Gibt's jetzt hier noch einen illegalen Laden oder nicht? Da sehe ich schon mal einen Safe. Nur ein Safe und ein Rohr. Den krallen wir uns auch einmal. Luigi in Deckung. Und wieder zahltag. 1600. Ist ganz nett. So. 300 nochmal mitgenommen. Ach, das macht doch Spaß. Och, ja. Ja, 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 ja. Ähm. Ich kann nur aufs Dach. Okay. Hier ist, äh, einmal. Einmal gar nichts. Sinnlos hier rauf zu gehen. Jo, das war jetzt eine sehr schnelle Geschäftsübernahme. Schneller konnte es kaum gehen. Leider kein illegales Geschäft. Hm. Oder vielleicht doch? Kommen wir hier noch irgendwo hin? Nach draußen. Hier kommen wir einfach nur nach draußen. Ist aber noch irgendwas oder irgendwer? Was hast du denn? Gibst du ihr eine Chance? Hm. Die haben wir ja schon, ne? Nein, danke. Die haben wir schon. Das da vorne ist auch schon unsers. Ja, wir breiten uns langsam immer mehr aus. Einladen. So, ich brauche noch ein Auto. Ich brauche noch ein Auto. Luigi, komm. Komm, 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 komm. Steig rein, steig rein, steig rein, steig rein. Sehr schön. So, was haben wir denn noch in der Nähe? Wir könnten uns dort noch mal ein neues Versteck kaufen. Das wäre, glaube ich, eine ganz gute Idee. Und gleich noch eine Bude übernehmen. Ich werde mir erst mal ein Versteck kaufen. 33.000 Sollte hier reichen. Ne, hier nicht. Hier. 20.000 Kaufen. So, wow. Fett Munition. Das hat sich ja eh schon richtig gelohnt, das Ding zu kaufen. Also, die lohnen sich immer. Die sollte man auf jeden Fall erwerben. Kleiner, Clemenza hier. Komm sofort zur Möbel Street in Little Italy. Da werden wir gleich hinfahren. Und zwar beim nächsten Mal. Bis Ende dann. Und... Ciao.